Anna Marlena Wolf-Lopez Braunschweiger Laufklub und der Antritt von Anna Filine Schädel KSG Gerlingen, die 8. des Vorjahres nimmt sich ein Herz in die Hand und stürmt vorneweg. Aber es sind noch 300 Meter war der Antritt zu früh. Emmi Lotta Berger musste erst mal eine Lücke aufreißen lassen, läuft die aber jetzt zu. Und jetzt geht's auf die letzten 200 Meter. Anna Filine Schädel, da wieder eingeholt. Und jetzt kommt der Antritt von Emmi Lotta Berger. Und Emmi Lotta Berger geht da vorbei. Theresa Anders, auch noch mit dabei vorne. Und mit der 326 Kala His, die muss jetzt abreißen lassen. Emmi Lotta Berger. Und da schießt das Laktat rein. Applaus